Die Spur der Emeralds endet hier, ja? Mal sehen, was sie angezogen hat. Hey, eine Art atmosphärische Ladung. Festhalten! Aaaaaaah! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast das Unmögliche vollbracht. Du bist im Cyberspace aus eigener Kraft entkommen. Du bist der Schlüssel. Schlüssel? Immerhin besser als Naga. Heißt das, ich kann meine Freunde retten? Finde die Chaos Emeralds. Vernichte die Titanen. Reiß die Grenzen zwischen Dimensionen ein. Ja, okay, sicher. Aber wie wär's mit etwas Kontext? Hallo? Na schön. Er ist eine Waageanweisung als keine. Na dann los! Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Verknüpfe die Dimensionen mithilfe des Zahnrads. Es reicht nicht, um die Verbindung herzustellen. Ein Zahnrad wird nicht reichen. Suche noch ein Ziel und nimm sein Zahnrad. Ein Zahnrad wird nicht reichen. Ein Zahnrad wird nicht reichen. Verwende das Zahnrad wie zuvor. Kehre zum Cyberspace zurück, so oft es nötig ist. Ein Zahnrad wird nicht reichen. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020